Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video über das VfB Projekt. Es sind wieder zwei Wochen vorbei, wir hatten vier Spiele. Das erste Match gegen AOMA haben wir 1-1 gespielt. War um ehrlich zu sein eine sehr sehr schwache Partie von uns. Absolut nicht zufriedenstellend die Leistung. Man kann sich schön reden, Xander und ich haben auf einem neuen Setup gespielt, haben uns da kaum einspielen können. Aber das darf einfach keine Außerrede sein, von dem her war es overall einfach sehr enttäuschend. Bei allem Game 1 waren wir im Early Game mal wieder sehr ahead, aber haben im Mid Game wieder gefroht, weil wir einfach dumme Shutter uns abgeben und dann die Gegner wieder zurückkommen lassen. Es ist ein kleines Pattern, was uns öfter mal passiert, dass wir sehr gute Early Games spielen, aber dann im Mid Game den ein oder anderen Fehler machen. Das ist tatsächlich diese Woche auch wieder passiert gegen die E-Wolves. Da haben wir zwar 2-0 gewonnen, aber in Game 1 hatten wir auch wieder sehr viele dumme Tode im Mid Game. Und es war auch das erste Mal, dass ich richtig laut geworden bin nach dem Game 1 und habe eine klare Ansage gemacht, dass man sich mal zusammenreißen muss jetzt, weil die Leistung war einfach unter unseren Ansprüchen. Man muss sagen, es hat anscheinend auch gewirkt, weil in Game 2 haben wir die Gegner dann komplett überfahren. Von dem her war ich dann auf jeden Fall zufrieden mit unserer Leistung in Game 2 und bin auch sehr happy über das 2-0. Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, wir sind immer noch auf Platz 1. Wir haben noch 2 Best of 2s vor uns, gegen Slightly Above Average spielen wir als nächstes. Die sind gerade am Tabellenende. Und dann gegen Whale Power, die auch noch Chancen haben auf die Aufstiegsrelegation. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangslage, um die Aufstiegsrelegation zu erreichen, weil wir einfach nur unsere Games gewinnen müssen. Wir müssen auf niemanden anderen schauen, sondern haben alles in der eigenen Hand. Und wie immer gibt es zum Abschluss des Videos noch die Voice-Coms aus den letzten Games. Leider nur aus der Series gegen die E-Wolves, gegen Aoma war ich ja wie schon erwähnt auf einem anderen Setup und habe deswegen keine Voice-Coms, deswegen kann ich die leider nicht mit hochladen. Wir kommen, wir kommen, auf den Label. Okay, braun, braun, braun. Boah, ich habe denen so die Hosen ausgezogen. Nice, gut, Schüt, Boys. Nach oben rein, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich gehe auf Talia, gleich, ich gehe auf Talia. Braum, braun, braun. Okay, ich bin tot. Ich gehe voll. Oh Gott. Ist tot, ist tot, ist tot. Okay, ich schild ihn auch, ich schild ihn auch. Nice, ich gehe tauschen davon. Kann schild, ich kann der Hulten, okay? Okay, nice. Jetzt Turret. Ja, eigentlich finde ich einfach nur nicht. Turret, Turret, Turret. Turret nehmen, Turret nehmen. Ich habe dir raus. Jace, 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 Jace. Schmei dir, ich schmei dir. Das ist super, da kann ich nicht dringen. Turret, 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 Turret. Ich bin tot. Kann ich finischen? Was? Ne, kann nicht, kann nicht, kann nicht. Okay, ja. Ich bin tot. Wir können auch enden, ne? Wenn wir... Ich hole, ich schuld den Trap-Bot. Wtip hin, Wtip hin. Ich warte hier rein. Komm, 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 komm. Hört Stormy zu. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Es ist open, Nexus. Ihr habt das. Das ist GG. Ah, Jinks ist da. Jinks ist da. Jinks ist super gezogen. Ich bin bei dir. Morsu. Einfach hier abwalken. Jace, kein Flash. Jace, kein Flash. Ich glaube, wäre es zu schnell. Einfach Nexus. Einfach Nexus. wir können das sogar spielen ich bin ja ich habe zwei okay ja ich gucke noch 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 ich kriege kaiser hier ich habe W noch alles gut du hast richtig schön gespielt du bist halt schon hier guck 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 KD hat tp aber ich habe auch tp das hat auch jetzt tp oh der ist strong ok ich tp eigentlich habe ich Angst vor ich oh stormy stormy bist du 17 geworden bist am prodigy support die Ansage war auch einen selbst nach dem letzten Gerät ja ich gucke ich gucke ich brauche bei you oder ich brauche auch gerade gehen walk in to Nash noch walk up help me help me stormy ja ich komme shot 12 versichern wir können es laut führen unser schrack seri und 10 12 grace 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 ich bin far oh gute namens habt ihr ja habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habt ihr habt ihr noch einen noch einen oder was ich bin dabei ich bin gestorben oh mein Gott gg gg nice vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein geht x m g hier mit hier j w